KOMMAL 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 KLAAR KOMMAL KLAAR, KOMMAL KLAAR Hey Leute! Ich habe mir Oskars Kamera geschnappt, denn wir sind heute bei FINs Fußballtraining dabei. Und, ja, der Oskar müsste jetzt auch gleich kommen. Ja, keine Ahnung wo der bleibt. Hier sind jetzt bei der Umkleide und man riecht es schon. Okay, Norman ist am flöten. Bist du jetzt auch gleich dabei beim Fußball? Ja, ich bin aber gerade noch mein Koryografier am Lernen. Ja, okay, okay. Du bist auch gleich dabei beim Fußballtraining? Ja, leider bin ich aber schon zu spät dran. Hast du vielleicht Oskar gesehen? Den suche ich überall schon. Ist das dieser lange Typ so? Ja, genau. Der müsste irgendwo draußen sein. Der wollte rein, aber irgendwie alles nicht. Okay, typisch Oskar. Hier, ich höre es schon, sind die Leute, die schon gerade am Fußball trainieren? Hier rechts, nur ich suche Oskar. Oskar, hier ist er. Oskar, hier! Wo warst du? Ich war reinlos verloren dahinten. Ich kann sich keiner vorstellen. Ja, also hier trainieren die schon und lass uns reingehen. Fußball! Mach doch mal dein Zeug mit der Kamera ein. Ja, okay. Hier spielen die Leute schon Fußball. Ach, hier ist Finn. Hallo. Hi. Super, das ist so schön. Kein Problem. Das geht, alles klar? Natürlich. Ja, nein. Kurze Frage, ist es okay, wenn der Noah mitmacht beim Interview? Ja, klar. Weil der setzt sich mega in der LGBTQ-Szene ein. Wenn er sprechen kann, würde ich sagen, auf jeden Fall. Ja, wieso denn nicht, ne? Perfekt, dann sehen wir uns gleich. Okay, bis dann. Tschüss. Ja, cool. Ey, das wird richtig geil werden. Pass auf, du laust erst mal ein bisschen rum so. Jetzt sind wir hier zwischendurch. Wenn der Ball gleich nahe ist, kannst du so ein bisschen runtergehen. Ja. Kannst du auch mal halten, Oskar? Klar, gib mal. Hast du? Ja. Ja, ja. Tschüss. Na, das war ja wunderbar. Foul. Foul, Foul, Foul. Also, ich glaube, jetzt wird es hier einen 7-Meter geben. Okay, Finn, jetzt bist du. Mach ihn, mach ihn. Finn, 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 Finn. Ja, krass, ey. Ja, bitte. Was stehst du da nur so? Mach dich mit. Meinst du? Ja, komm. Ja, okay. Hast du? Auf welches Tor muss ich denn schießen überhaupt? Auf das Tor? Auf das Tor? Ja, fuck! Auf das Tor? Auf das Tor? Dankeschön! 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 Nochmal da. Geil! Ja, krass, Alter. Haben wir einiges gutes Material gemacht? Ja, dankeschön. Selber? Bist du auch zufrieden? Ja. Das ist die Hauptsache, Edgar. Ich freue mich auf das Interview. Cool. Dann sehen wir uns gleich. Okay. Alles klar, bis dahin. Ey, wir haben richtig gutes Material, ne? Haben wir, ja. Ja. Okay. Nice. Alles klar, dann lass mal vorbereiten auf das Interview, oder? Genau. Cool. So, ihr Lieben, was geht ab? Das hier, was ich hier in meiner Hand halte, ist ein Mikrofon. Da sprecht ihr bitte rein, während des Interviews, weil dann kriegen wir eure Stimme ganz sauber aufgezeichnet. Dann würde ich sagen, du startest. Okay. Ich gebe dir das. Okay. Und dann können wir loslegen. Alles klar. Also dann erzählt mir doch erstmal, wie ist das mit eurem Fußballverein? Erzählt mir einfach mal irgendwas darüber. Ja, hallo erstmal. Ich bin der Noam. Ich bin der Mannschaftskapitän und Gründer vom FC Rainbow. Ich bin total stolz auf meine Mannschaft, weil ich sie auch selbst gegründet habe. Bei uns kann jeder mitmachen. Alle sind herzlich willkommen. Also, ich kann das so bestätigen und bin auch mega glücklich, hier im Verein zu sein. Ich muss halt auch sagen, ich finde solche Vereine extrem wichtig bezüglich, also für die LGBTQ Community, da sie vielen Leuten einfach eine Safe Space bieten. Und LGBTQ, was ist das jetzt genau? LGBTQ ist einfach die englische Abkürzung für die Worte Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Queer und steht halt auf Deutsch für Lesben, Schwule, Transsexuelle, Bisexuelle und auch Intersexuelle sowie Non-Binaries. Das sind unter anderem Leute, die sich nicht wirklich einem Geschlecht zuordnen können und das ist auch völlig okay. Denn wir sind so viele verschiedene Menschen, haben verschiedene Lebensstile und Arten zu lieben und auch Sexualitäten, dass wir doch noch heutzutage einfach an Schubladen denken und immer noch Mann und Frau, also wenn man sie auf offener Straße sieht, dann denkt, dass sie auch direkt aufs andere Geschlecht stehen. Aber so ist das halt heutzutage überhaupt nicht mehr. Ja klar. Achso. Nee. Sorry. Ich weiß nicht schon, aber... Nee, war klar. Weil jeder, der aus dem Rahmen fällt, wird definitiv nicht berücksichtigt. Genau. Und was mich dann halt einfach so schockiert ist, dass heutzutage und jetzt auch noch vor kurzem einfach die WM in einem Land, wo Homosexualität verboten ist. Ja, und das müsst ihr euch mal vorstellen, dass die dort stattfindet. Genauso schockierend finde ich es halt einfach auch, dass es momentan keine aktiven Profifußballer gibt, die geoutet sind. Und so darf es halt nicht sein. Okay. Wie findest du das? Es gibt ja allgemein manche, die sich nicht trauen, sich zu outen. Genau, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Da muss ich aber auch loswerden, dass ich richtig glücklich bin, hier in Deutschland zu leben. Und besonders in einer Großstadt wie Köln, die halt auch dieses Image vertritt, dass man halt so sein kann, wie man möchte. Und seine Sexualität auch ausleben kann. Ich selber kenne das halt auch noch von mir, denn ich habe halt auch mal auf dem Dorf gewohnt. Und dort haben die Leute halt mich nicht mal in ihrem Fußballclub aufnehmen wollen, nur weil ich schwul bin. Weil sie halt keinen Gaffer haben wollten oder so. Und was löst es in dir aus, wenn man dich als schwul bezeichnet und man schwul auch als Beleidigung verwendet? Hab ich, um ehrlich zu sein, auch früher schon mal gemacht, ohne mir tatsächlich bewusst zu machen, wie persönlich verletzend das tatsächlich sein könnte. Und wenn ich jetzt hier so vor dir chille lieber Fynn, schäme ich mich schon voll dafür. Ja, also was soll ich dazu sagen? Ich bin halt ein bisschen sprachlos und finde es halt einfach krass, wie stumpf die Leute diese Worte einfach verwenden, ohne groß drüber nachzudenken. Besonders wenn wir uns halt so die Musikindustrie anschauen und dann halt unter anderem halt den Deutschrap insbesondere, wo halt auch jüngere Leute zuhören, verwenden die halt also einfach das Wort schwul als Schimpfwort. Und so darf das halt einfach nicht sein und deswegen gebe ich mir halt auch keine Künstler, die unter anderem schwul als Schimpfwort verwenden oder halt generell homo-fomo-Kommentare. Denn um gute Musik zu machen, braucht man keine Beleidigung. Das ist absolut richtig. Cut. Vielen lieben Dank, dass wir so offen dieses Interview führen konnten. Gerne. Ähm, was habt ihr mit der Antwort? Eigentlich gar nichts. Okay, dann nehmt euch nichts vor, okay? Wieso? Überraschung, Überraschung. Okay, bin ich aber gespannt. Erzählt mal, was für eine Liga spielt ihr gerade so? Habt ihr vor, jemals die erste anzustreben oder? Wir sind jetzt in der Kreisliga C, aber wir schaffen das. Wenn du dabei bist, schaffen wir es bestimmt. Mit deinen zwei linken Beinen. Hallo Leute, mein Papa hat super tolles Essen für uns vorbereitet. Meine Mutter holt jetzt noch was in der Küche von uns. Lecker, lecker, lecker. Ja, super, danke. Ist das zu groß? Stark. Dankeschön. Das Essen dient dafür, dass ihr alle für mich da wart und in meinem Film, in unserem Film mitgemacht habt. Ein Team, ne? Wir sind immer da. War doch alles kein Team. Also, gönnt euch. Dankeschön. Bitteschön. Hat keine Lust aufzumachen? Okay. Wer zur Hölle kann es wohl wagen, jetzt zu stören? Oh, was geht? Dalf, komm rein. Ich hoffe, du hast Hunger mitgebracht. Ja, natürlich. Geil. Phil! Ja, wieder zu spät. Hallöchen! Was ist jetzt deine Ausrede? Ne, also ich war wirklich da bei dem Computer so ein bisschen kreativ und hab aber die Zeit total vergessen. Ja. Ja, das heißt, ich bin nämlich an einer mega spannenden Sache dran. Unter anderem jetzt natürlich dir und den Hater. Ich wünsche dir aber dennoch sehr viel Spaß. Wir sehen uns. Die Kommentarleisten sind überflutet mit Hasskommentaren. Du kennst ja aus, wenn du weiter deine dummen Filmchen online stellst, komme ich zu dir nach Hause vorbei und stoff dir dein Maul. Bah! Neemlich bin ich dabei unter anderem einen Haupthater zu entlarven. Oh, cool. Wer ist es? Wer ist es? Ich kann ja zumindest nicht wirklich äußern. Geht's ja schon. Ne, aber nicht, weil ich es euch nicht sagen will, sondern weil ich es einfach noch nicht weiß und ich noch nicht genug Beweise habe. Aber wie es auch geht, stammen die meisten Hater von einer Person. Von einer Person? Und wann weißt du das? Ich freu dich nur noch so ein paar Tage. Okay. Nicht lange. Aber es sieht eigentlich relativ gut aus. Oh, krass. Wenn es weitere Probleme gibt, dann hier. Ja, ja, ja. Du warst ein Tipp. 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 Wir brauchen noch einen Stuhl. Cool. Ähm, kannst du mir den Teller reichen? Ja, ja, gerne. Ich danke dir. Du hast noch gerettet. Klar. Piep, piep, piep.